90 Die Grünen hat die Kollegin Ulle Schaubs das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, zuallererst möchte ich das Anliegen der UNESCO, das Natur- und Kulturerbe der Welt zu bewahren und damit auch dem Frieden zu dienen, ausdrücklich würdigen. Dieses Anliegen ist gerade in Zeiten, in denen in Krisengebieten wie im Irak oder in Syrien durch den sogenannten IES und den Bürgerkrieg Weltkulturerbestätten zerstört werden, wichtiger denn je. Erst in den letzten Tagen haben wir miterleben müssen, wie das Weltkulturerbe, die historische Altstadt von Sana'a im Jemen, bei einem Luftangriff der arabischen Koalition teilweise zerstört wurde. Die UNESCO-Generaldirektorin Irina Bokova hat den Luftangriff auf eines der ältesten Juweliere der islamischen Kultur zu Recht scharf kritisiert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese schockierenden Beispiele zeigen uns eindrücklich, dass die Zerstörung von Kulturerbe oft mit Gewalt gegen Menschenleben einhergeht. In erster Linie steht für uns natürlich der Schutz von Menschenleben im Vordergrund. Trotzdem ist auch der Schutz der Weltkulturstätten eine enorme Herausforderung. Denn die Zerstörungen treffen die jeweiligen Identitäten und Gedächtnisse für nachkommende Generationen, die es weltweit zu schützen gilt. Und hier, liebe Kolleginnen und Kollegen der Großen Koalition, reicht Ihr Antrag in seinen Forderungen nicht aus. Sie bedauern zwar die weltweite gezielte und irreversible Zerstörung unschätzbarer Kulturgüter, verharren aber im reinen Aufzählen von aktuellen Regierungsmaßnahmen. Sie vermeiden es, der Bundesregierung ein deutliches Bekenntnis für ein stärkeres Engagement in Krisengebieten, wie zum Beispiel dem Jemen, abzuverlangen. Und ich sage ganz ehrlich, ich hätte mir hier einen engagierteren Ansatz von Ihnen wirklich gewünscht. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, während bedeutende Weltkulturerbestätten auf der ganzen Welt zerstört werden, hat sich Deutschland in den letzten Jahren zu einem Umschlagplatz für geraubte Kulturgüter und Antiquitäten entwickelt. Hier will Staatsministerin Grütters mit ihrer angekündigten Novellierung des Kulturgüterschutzgesetzes nun endlich nachjustieren. Und ich sage, das ist gut so. Welche katastrophalen Konsequenzen der Einfluss von Händlern und Sammlern auf den Kulturgutschutz haben kann, das hat uns das unzureichende Gesetz von 2007 eindrücklich gezeigt. Da sollten auch Sie sich als Koalitionsfraktionen mehr engagieren und sich entschieden gegen reine Lobbyinteressen stellen. Aber ganz und gar unverständlich ist, dass Sie, liebe Kolleginnen von der Union, noch 2011 gemeinsam mit der FDP in dem Antrag National UNESCO-Welterbestätten in Deutschland stärken, ausdrücklich das breite bürgerschaftliche Engagement von NGOs für die UNESCO-Welterbestätten begrüßt haben. Das kommt jetzt leider in dem Antrag nicht mehr vor. Und das ist umso bedauerlicher, weil genau diese Aktivitäten der NGOs, zum Beispiel bei der Tagung des UNESCO-Welterbekomitees Ende Juni in Bonn, von der Bundesregierung nicht unterstützt werden. Staatsministerin Böhmer hat hier ihre finanzielle Unterstützung für zum Beispiel Side-Events abgelehnt. Und hierzu vermisse ich in Ihrem Antrag ganz konkrete Forderungen. Sie beharren da scheinbar lieber in Allgemeinplätzen, und das ist leider zu wenig. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, was den Erhalt und die Entwicklung der deutschen Weltkulturerbestätten betrifft, sieht es auch nicht besser aus. Das aktuelle Programm Nationale Projekte des Städtebaus wird mit einem Volumen von 50 Millionen Euro der hohen Nachfrage bei weitem nicht gerecht. Allein 2014 wurden hier Projektanträge mit einem Fördervolumen von 900 Millionen Euro eingereicht, darunter auch viele UNESCO-Welterbestätten. Wir brauchen deshalb dringend eine Wiederauflage eines Investitionsprogramms für UNESCO-Welterbestätten, das ausreichend ausgestattet ist. Auch hierzu finde ich nichts Konkretes in Ihrem Antrag. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden uns deswegen zu Ihrem Antrag enthalten, aber ich kann sagen, ich kann Ihrem Eigenlob Ihres eigenen Antrags heute nicht zustimmen. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion hat der Kollege Ulrich Petzold das Wort.